Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Fahrer muss aus dem Stand Vollgas gegeben haben. Die Windschutzscheibe ist durch die Wucht des Aufpralls geborsten. Mitten in die fröhliche Faschingsgruppe von 50 Menschen, zwei Männer aus ihren Reihen, 47 und 58 Jahre alt, werden schwer verletzt. Ein tragischer Unfall. Anders kann das ja nicht sein. Leider nein, meint die Polizei. Wir haben Grund zur Annahme zu glauben, dass hier jemand mit Absicht in eine Personenmenge reingefahren ist. Fasslammsbrüder, die hier zum klassischen Schnorren unterwegs waren. Das klassische Schnorren. Ein Internetvideo aus dem vergangenen Jahr. Sogenannte Fasslammsgruppen ziehen von Haus zu Haus, bitten um kleine Geldbeträge für die Feier. Auch Autos werden angehalten. Man kennt sich und dann wird ein kleiner Obolus verlangen, damit der Weg dann wieder freigegeben werden soll. So war es wohl auch hier. Vier Männer sollen die Straße blockiert haben, das Auto hielt. Als sie gerade wieder aufstanden, sei es plötzlich losgerast, so die Polizei. Fuhr in einem Schlenker in eine Gruppe am Straßenrand. Stöckle unter Schock. Das kleine Dorf mit knapp 2000 Einwohnern organisiert den sogenannten Fasslammsumzug in Winsen an der Lur. Der fand gestern statt mit 30.000 Zuschauern. Ich bin wahnsinnig, wahnsinnig begeistert. Die haben sich alle extrem viel Mühe gegeben. Gestern ahnte noch keiner, dass die Ausgelassenheit heute getrübt werden würde. Der Festball morgen soll nach Rücksprache mit den Verletzten dennoch stattfinden. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen den Fahrer. Er wurde ärztlich untersucht und danach zunächst in der Psychiatrie untergebracht. Nach der Großrazzia gegen einen Schlachthof in Bad Bramstedt vergangene Woche ermittelt inzwischen die Staatsanwaltschaft wegen Tierquälerei und mangelnder Hygiene. Wie sich nun herausstellt, soll das Veterinäramt aber schon seit Jahren von den Zuständen gewusst haben. Warum hat es dann nichts unternommen? Wion, der größte Player auf dem deutschen Fleischmarkt. Tierärzte gehen hier ein und aus, auch in Bad Bramstedt. Das Kreis Veterinäramt hat sogar eine eigene Niederlassung auf dem Gelände. Seinen Mitarbeitern darf nichts entgehen und ist es auch offenbar nicht. Das belegt ein interner Brief des Veterinäramts aus dem Jahr 2011. Ein Tierarzt berichtet von offensichtlichen Mängeln bei vier von 29 Tieren. Am Tag darauf sieben Abweichungen von 31 Tieren. Gemeint sind falsch gesetzte Bolzenschüsse, die Tiere unnötig leiden lassen. Nach außen gibt sich die Behörde allerdings ahnungslos. Auf eine Anfrage der Tierschutzorganisation PETA heißt es... In meiner Behörde liegen keine konkreten Zahlen bzw. Unterlagen über sogenannte Fehlbetäubungen vor. Meine Behörde ist nicht im Besitz dieser Information. Dieses Veterinäramt in Bad Bramstedt mitsamt dem gesamten Landkreis dort ist dermaßen eng verbandelt mit diesem Großkonzern, der nun auch eine gewisse wirtschaftliche und auch politische Macht hat, dass von einer unabhängigen Behörde hier überhaupt nicht mehr die Rede sein kann. Der Kreis Segeberg wollte sich heute nicht zu den internen Dokumenten aus seinem Veterinäramt äußern. Der Vorgang solle zuerst geprüft werden, so ein Sprecher. Ähnliche Fälle wie 2011 haben auch zu den neuen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Bad Bramstedt geführt. Wegen des Verdachts auf Tierquälerei. Über einen Informanten erfuhr der Landwirtschaftsminister von den Vorgängen im Vion-Schlachthof. Das Veterinäramt hatte ihn nicht in Kenntnis gesetzt. In diesem konkreten Fall gibt es offensichtlich Probleme, die wir abstellen werden. Und ob daraus Konsequenzen grundsätzlicher Art zu ziehen sind, das wird die weitere Analyse zeigen müssen. Mit Vion wird sich die Politik schon am Mittwoch wieder beschäftigen. Im Umwelt- und Agrarausschuss. Überraschende Nachricht aus Niedersachsen. Heute der grüne Umweltminister will das umstrittene Fracking wieder zulassen, wenn auch unter strengen Auflagen. Grundwasser, Tiere und Pflanzen dürfen durch das Fracking nicht leiden, verlangt Niedersachsens Umweltminister Wenzel. Ausgerechnet der grüne Minister will nun bei dieser umstrittenen Fördertechnik vorpreschen. Doch er will nur die sogenannte konventionelle, also die hydraulische Methode, genehmigen. Die unkonventionelle, bei der das Gas mit einem Wasser-Chemikalien-Gemisch herausgepresst wird, bleibt verboten. Bürgerinitiativen und Umweltverbände laufen dennoch Sturm, weil sie befürchten, dass das moderne Fracking bald folgen könnte. So schön ist Schleswig-Holstein und deshalb sollen noch viel mehr Gäste hierher kommen. Mit einer neuen Tourismusstrategie soll das gelingen. Die Ideen dazu sind eigentlich ganz simpel. Englische Preisekarten müssen einfach vorhanden sein. Das ist wichtig, wenn man jetzt auch ausländische Gäste werben möchte. Und der Wirtschaftsminister hat noch mehr Vorschläge. Eine Tourismusagentur, die künftig Nord- und Ostsee gemeinsam vermarktet. Wie erfolgreich die neue Strategie ist, soll in fünf Jahren überprüft werden. Drei Tage nach dem tödlichen Hubschrauberabsturz in der Ostsee. Vor dem DARS hoffen die Ermittler jetzt auf die Aussage des einzigen Überlebenden. Der 47-jährige Co-Pilot wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen und soll jetzt sobald wie möglich vernommen werden. Es war ein Routine-Einsatz. Die Besatzung von Christoph Offshore 2 bei einer Rettungsübung vor dem DARS. Was dann genau passierte, bleibt ein Rätsel. Der Hubschrauber stürzt plötzlich ins Meer. Drei Männer können sich nicht mehr befreien und ertrinken in der Ostsee. Nur der Co-Pilot überlebt. Experten fragen sich jetzt, warum wurden die Kissen für die Notwasserung nicht geöffnet. Die Notschwimmeranlage, die an dem Hubschrauber angebaut ist für Flüge über See, wird durch die Besatzung aktiviert. Und die ist nicht aktiviert worden. Von der Seite kann man nur sagen, dass der Unfall für die Besatzung so überraschend kam, dass sie gar keine Gelegenheit hatten, die entsprechende elektrische oder manuelle Aktivierung vorzunehmen. So wie in diesem Internetfilm blasen sich die Luftpolster blitzartig auf, für eine Notlandung auf dem Wasser. Die Crew war erfahren, geschult für die Rettung auf hoher See. In Notfällen sollten sie den Bauarbeitern des nahegelegenen Windparks Baltic 1 zu Hilfe kommen. Einmal in der Woche probten sie das Manöver. Technisch ausgestattet für den Ernstfall und vorbereitet auf Notsituationen. Wir haben Unterwasser Atemhilfen dabei, wie gesagt, die uns im Fall von der Notwasserung zwei bis drei Minuten Atemsauerstoff liefern, um gerade zu vermeiden, dass man, ich sag mal, Kälteschock kommt oder nicht mehr atmen kann. Stimmenrekorder und Flugschreiber an Bord sollen jetzt bei der Aufklärung helfen. Diese Speichermedien werden dann in den nächsten Wochen ausgewertet. Das ist ein nicht ganz einfacher Vorgang, weil die elektronischen Geräte eben alle im Meereswasser, im Salzwasser gelegen haben. Das heißt, die müssen erst getrocknet werden und dann hoffen wir, dass sie dann noch auslesbar sind. Morgen sollen die Ergebnisse der Obduktion des verstorbenen Piloten weiter Klarheit bringen. Der Co-Pilot steht noch unter Schock und kann voraussichtlich erst Mitte der Woche befragt werden. Alarmierende Nachrichten von der DAK heute. Demnach ist die Zahl von jugendlichen Patienten in psychiatrischer Behandlung innerhalb der vergangenen Jahre um das Sechsfache angestiegen. Im Norden sogar besonders stark. Zwei Drittel sind Mädchen und junge Frauen zwischen 10 und 19. Die Experten machen vor allem die gesellschaftlichen Umstände für diese Entwicklung verantwortlich. Wir sehen, dass der übermäßige Medienkonsum, insbesondere Computerspiele, eine Rolle dafür spielen, dass Kinder und Jugendliche vereinsamen, dass die nur noch sich in ihrem Zimmer zurückziehen. Solche Warnsignale würden heutzutage besser erkannt und schneller therapiert werden. Daraus schließen die Mediziner, dass die Bevölkerung für diese Krankheit sensibilisiert und daher die Zahl der behandelt depressiven Kinder gestiegen ist. Noch stärker als im Bundesdurchschnitt war der Anstieg übrigens in Niedersachsen und in Hamburg. Da ist Toxi in eine ganz unangenehme Situation geraten, als sie in Elisabeth Fehn in eine Güllegrube einbrach. Die herbeigeilte Feuerwehr kam nur mit Hammer und Meißel weiter. Denn das Loch, in dem die 20 Jahre alte Stute steckte, musste vergrößert werden. Erst dann konnten Toxi Gurte angelegt werden und ein Radlader das Tier herausziehen. Zwar lahm, Toxi, aber gebrochen hat sie wohl nichts. In der Tierklinik soll sie dennoch erstmal untersucht und vor allem geduscht werden. Die Legende lebt, heißt es auf der Homepage des Hansa Varieté Theaters in Hamburg. Und zwar seit 120 Jahren. Josephine Baker und Hans Albers und die Comedian Harmonists sind dort aufgetreten. Und, als sie noch keiner kannte vor 50 Jahren, auch Siegfried und Roy. Die kommen allerdings nicht morgen zum Jubiläum. Der Ton gepflegt. Die Show perfekt. Illusion total, serviert mit durchaus handfester Kost. Dem Hansa Theaterteller in traditioneller Fertigung. Es ist Wurst drauf, es ist Käse drauf, es ist Fisch drauf. Und von allem ist eigentlich nur das Beste drauf. Nur das Beste auf Bühne und Buffet bieten mit dieser Rezeptur eröffnete Brauerei-Besitzer Paul Wilhelm Grell im Jahr 1894 das Hansa Theater in Hamburg-Saint-Georg. Es war die Jugendblüte des Varietés und Nummern, wie die stärksten Frauen der Welt in Person der vier Athletes zogen. Starke Anziehung übte unbedingt auch die zurückhaltend kostümierte Weiblichkeit der Tanzgirls aus, grober Unfug auf höchstem Liveau. Den Glanz der frühen Jahre verströmt das Hansa Theater ungehemmt immer noch, zumal in den diskreten Örtlichkeiten. Der Charme des Handgemachten durchzieht das Etablissimo bis in die Künstlergarderoben. Der Zauber regiert auch hinter der Bühne. Heute wie damals, als Hans Albers, Josephine Baker, Katharina Valente oder Siegfried und Roy im Hansa auftraten. Der Star des Hauses aber ist eigentlich das Publikum, das seinem Theater durch alle Zeiten, Krisen, Kriege und Schließungen die Treue hielt. Wie auch das Personal, das bei der letzten Neueröffnung 2009 wieder auf dem Posten war. Ich hatte den Arm gebrochen. Ich war hier. Ich hatte einen Hundebiss im Bauch. Ich war hier. Immer. Ja, das war mein Leben. Und wenn das wiederkommt, was Schöneres gibt's doch nicht. Und das Varieté-Leben. Es trifft das Herz des Publikums. Das ist einmalig. Weil? Ja. Wunderbar. Kriegen Sie kein anderes Mal im Buch. Dieses Ambiente, dieses Kuschelige, dieses Gemütliche. Es ist Nostalgie auch ein bisschen. Das Hansa-Theater. Seit 120 Jahren solide Heimat höchster Taschenspielerei. Herzlichen Glückwunsch. Die Nachrichten aus Deutschland und der Welt beginnen jetzt allerdings mit der bedrohlichen Entwicklung in der Ukraine. Russland, Russland rufen hunderte pro-russische Demonstranten. Sie haben die Regionalverwaltung in Donetsk gestürmt. Und auch auf der Krim hat Russland faktisch die Macht übernommen. Russische Soldaten umstellen ukrainische Militäranlagen. Warnungen vor einer Eskalation kommen von UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Ich fordere Russland auf, nichts zu unternehmen, was die Situation weiter eskalieren könnte. Und mit der Ukraine Verhandlungen aufzunehmen. Heute die Top-Meldung im russischen Fernsehen. Das Telefonat zwischen Merkel und Putin. Die Maßnahmen seien angemessen, um die russischsprachige Bevölkerung vor Nationalisten zu schützen, soll Putin erklärt haben. Ebenfalls Thema, das Einsetzen einer sogenannten Kontaktgruppe zur Lösung des Konflikts. Über mögliche Sanktionen gegenüber Russland wollen die EU-Staats- und Regierungschefs auf einem Sondergipfel am Donnerstag beraten. Ist der ehemalige Paralympics-Läufer Oskar Pistorius ein Mörder oder nicht? Seit heute wird in Pretoria darüber verhandelt. Es ist der erste Strafprozess, der in Südafrika live übertragen wird. Ein kompletter TV-Kanal zeigt rund um die Uhr nichts anderes. Pistorius soll vor einem Jahr seine Freundin erschossen haben. Er sagt, er habe auf einen vermeintlichen Einbrecher gezielt. Strüsscher, Kermelle und Schokoletsche wurden heute tonnenweise von dem Prunkwagen geworfen. Allein zum Zoch in Köln kamen eine Million Schaulustige. Im Rheinland und auch im Mainz wurde die Politik durch den Kakao gezogen. Genauso Limburgs Protzbischof Theperz van Elst. Ganz aktuell die Edati-Affäre und die Krise auf der Krim. Und wir schauen aufs Wetter. Morgen wird sich der Nebel im Nordwesten auflösen und die Sonne setzt sich durch. Sonst ist es sehr unterschiedlich bewölkt, wobei sich die Wolken im Laufe des Tages von Südosten her verdichten. Zwischen Stettine-Haff und Elbe fällt dann strichweise geringer Regen, sonst bleibt es trocken. Die Temperatur zwischen 7 und 12 Grad und die Aussichten, da tut sich nicht so viel. Es bleibt im Grunde bei recht freundlichem Wetter. Das war der Tag im Norden. Hier geht es weiter mit gefragt, gejagt. Schönen Abend bis morgen 21.45 NDR aktuell. Bis zum nächsten Mal.